Und damit Servus und Herzlich Willkommen zurück zu Imperium Galactica Survival mit am Start der Wazzi wieder mal. Hallöchen! Und meine Wenigkeit der Luxor. Servus! So, und wir haben die Nacht kurz noch abgewartet, um euch nicht allzu viel hier vorzumachen, wie auch immer. Wir wollten nicht, dass ihr die Hälfte verpasst von dem, weil man es ja im YouTube meistens noch weniger sieht, als wir hier beim Spielen selber. Und von daher, jetzt haben wir Tagesanbruch und ich würde sagen, es geht weiterer. Ja, auf jeden Fall. So, wir bauen heute die Basis. Wir bauen jetzt die Basis, würde ich sagen, ja. Machen wir einfach. Ja, der Wazzi hat mir in der Zeit schon mal den Grundstein gegeben und ein paar Holzblöcke. Mal gucken, ob ich es dann auch wirklich bauen kann. Neue Basis, Tatsache. So, kann ich bauen. Den lassen wir mal relativ mittig, ja. 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 Bei Motoren brauchen wir noch. Bauen wir erstmal hier. Zu von allen Seiten. Denn das Problem ist, der Stein ist wofür da, Herr Wazzi? Den Stein brauchst du, dass du überhaupt erstmal bauen kannst. Richtig, ein Grundstein. Und das ist doch auch, wenn der kaputt ist. Ach nee, gar nicht, dafür war ja die Energie, wa? Aber ich glaube, wenn der kaputt ist, kannst du auch nicht großartig mehr was machen. Ich weiß es nicht genau. Ne, ich war aber auch der Meinung, dass ohne den Stein denn nichts weiter geht, quasi. So, wir bauen hier erstmal ein einfaches, günstiges, billiges Gestell hin. Ja, wie schon angesprochen, was ist das denn jetzt? Da kann er nichts bauen. Das Ganze ist auch wie Seven Days und so weiter ein Blockbauspiel. Also, den großen Konstruktor kann ich schon bauen, das ist sehr schön. Mhm, mhm, mhm. So, jetzt fliegt unsere Basis hier so halb. Na gut. Ist nun mal so. Du kannst den großen Konstruktor schon bauen. Den habe ich schon fertig. Ist sogar schon fertig, sehr schön. Hast du denn doch eben in der Pause angefangen? Ein kleines bisschen, ja, ich habe schon was vorbereitet, weil es dauert sonst so lange. Zum Anfang, wo man jedes einzelne Komponente dazu, ähm, selber bauen muss. Okay. Dauert extrem lange. Gut, dann hast du ja die Nacht wenigstens sinnvoll genutzt. So, Kernplayer-Fraktion, sehr schön. Guck mal bitte, kannst du mal bitte kurz kommen? Ja. Und gucken, ob der Kern, ob du den jetzt auch quasi siehst oder ob da falsche Fraktion oder so steht. Kernplayer-Fraktion. Okay, wunderbar. Hätte sein können, weil ich den jetzt gebaut habe, weißt du, dass es nicht so funktioniert. So. Dann würde ich sagen, ich gehe weiter noch Eisen abbauen. Mhm. Hast du? Ja? Aber die reicht nicht, die Plattform, oder? Doch reicht. Mehr Holz habe ich nicht. Also den Rest müsstest du denn machen. Ja. Ich schnappe mir hier das Motorrad mal in der Zeit, um ein bisschen schneller vorwärts zu kommen. Dafür haben wir es ja. Dafür haben wir es. So, hier haben wir ein Monster. So, warte mal. Ich habe hier gerade noch so ein... Oh, wo bin ich denn jetzt langgekommen? Da hinten sind sie. Hier auch. Ich nehme hier nämlich noch so ein paar Corndog-Dinger mit. Oder wie die Teile heißen. Äh, 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 äh. Wazzi Motorbike. So, hier war die Eisengruft. So, siehst du, meine letzte Ladung. Ups. So, dann bauen wir mal hier ein bisschen weiter Eisen ab. Für die auf meinem Kanal, ich habe mal meine Facecam ein bisschen verschoben. Bisschen kleiner gemacht, das Ganze. War ein bisschen sehr groß. Teuergeburt. Auf was genau bauen wir jetzt eigentlich hinaus, Javazi? Was? Auf eine offene Base. Base und wichtig ist, dass wir die Base erstmal haben. Grundversorgung und dann Raumschiff. Okay, und was brauchen wir jetzt an der Base noch? Den Konstruktor hast du jetzt quasi schon gebaut, meintest du? Ja, ich mache jetzt den Generator und den... Für... Treibstofftank. Ah ja, genau. Generator auch sehr wichtig. Ohne Generator kein Strom. Ohne Strom kein gar nichts im Spiel. Und dann müssen wir zusehen, dass wir die Base gegen die Drohnen absichern mit... Na, ähm... Na, Selbstschussanlagen. Ja, auch sehr wichtig, denn wenn man nicht zu Hause ist, sollten wir später irgendwie mal ins All fliegen oder oder. Greifen hier trotzdem noch die Drohnen an. Also von daher sollten wir die Basis dann dementsprechend trotzdem noch schützen. Ja. So, Computer. Na, sag mal. Na, sag mal, Matthias. Matthias, sag mal. Ruf hier. Ach da, Mensch. Doch, Computer? Da müssten wir den Generator noch bauen können. Wenn da nicht ein Steuern wegfällt. Oh, diese Eisenklumpen schieben mich jedes Mal von der Mauer weg. Jetzt. Ich weiß gar nicht, haben wir erwähnt, dass wir die Ressourcen vorkommen auf viel gesetzt haben? Wie bitte? Haben wir nicht erwähnt? Haben wir nicht erwähnt, gut. Dann machen wir es jetzt. Die Ressourcen vorkommen haben wir auf viel gesetzt. Und auf häufig spawnt, damit wir hier nicht erstmal durch die halbe Weltgeschichte tangeln müssen. Um hier irgendwie ein bisschen an Ressourcen ranzukommen. Ja. Tschu, 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 tschu. Kann ich nicht hier runterbauen? Ich will aber runterbauen. Versuchst du gerade unter die Basis drunter zu setzen? Ja. Ja, geht irgendwie nicht, oder? Doch, doch, geht schon, wenn das wirklich... Ja, du schaffst es? Oh, da bin ich ja gleich mal gespannt, wenn ich wiederkomme. Ich habe es irgendwie nicht gebacken gekriegt. Ich habe es schon mal geschafft, ja. Ah, ein dickes Eisen vorkommen hier. Boah, man kann die Dinger ganz schön weit lang einsammeln, ohne sich bewegen zu müssen. Piu, was ist hier? Piu, was ist hier? Ach, was hat er denn? Na hier, da drunter, den da drunter bauen. So, jetzt wird es interessant. Mein Bohrer ist alle. Ob ich hier nochmal rauskomme. Kein Treibstoff mehr? Nee. Boah, alle Treibstoffe, alle. Ah, gut, aber ich sollte dann noch rauskommen. Sollte theoretisch gar kein Problem sein. Aber Theorie und Praxis sind ja immer zweierlei, wa? Hm. So, mal gucken, das sieht gut aus. So, da noch eins. Tjung. Ich kann hier generell nichts dran bauen, jetzt weiß ich, warum es nicht funktioniert. Haha. Na, warum? Weil das doch nicht deins. Ja. Du musst es noch freigeben. Ähm, wie war denn das nochmal? Du musst hier rauf, du musst auf die Platte, also auf den Kern rauf gehen und sagen, gehört der Fraktion. Aber du möchtest erst auf den Kern gehen, was kann ich nicht von hier machen? Nee. Gut, warte, ich bin sofort da. Ähm, Generator. Sieht noch ein bisschen steif aus, wie der da auf dem Moped sitzt. So, warte, ich bin sofort da. So, da bin ich wieder. So, mit F war. Nee, F geht nicht. Ich glaube, du musst rauf gehen und Tab drücken. Drauf gehen, Tab und dann? Aktionen, glaube ich. Nö. Nee, war doch so. Oder PDA? Ähm, 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 ähm. Team ist hier ein Einzelspieler. Nee, PDA war es auch nicht. Nee, warte mal, war das nicht auf Escape? Ah, jetzt weiß ich. Hier, Steuerkonsole, oder? PDA, Steuerkonsole. Da ist es nämlich privat. So. Und jetzt? Kernwadzi. Stimmt's? Jetzt kann ich. Okay, wunderbar. Ich krieg dir mal was hier hin. Und zwar... Ein Konstruktor, das, das und das. So, warte mal, und ich lege dir... Ach so, warte mal, ein Konstruktor hast du mir auch schon gegeben? Ja, kannst du ja den oben ankommen. Dann kann ich das Metall ja gleich da reinsetzen. Naja, dann hat sie es schon erledigt. Ja. Dann brauche ich dir das ja gar nicht geben. Und ich versuche jetzt mal hier unter der Base nochmal zu verstärken. Stahlblöcke? Hast du mir Stahlblöcke gegeben? Nee, Betonglöcke, oder? Da steht was von Stahlblöcke. So, habe ich. Allerdings ist es natürlich in der Mitte, bleibt es natürlich jetzt wohl, ne? Ja, gut, aber dürfte ja nicht so schlimm sein. Ähm, warte mal, wie waren jetzt hier? Drehen, ne, das war die Höhe. Höhe wollen wir nicht verschieben. Ach Gott. So. Ja, weil sie merken, auf Ende ist bei mir drehen. Musste der Generator direkt neben dem... Ich habe ihn immer gesetzt gehabt. Das ist theoretisch, aber scheißegal, glaube ich. War sehr cool, wie so eine Spirale, die hier abläuft. So, genug gespielt. Zack. Das auch dahin gesetzt. Okay, der hat sogar... Ähm, zwei Breite. So, jetzt machen wir unsere Energiezellen. Bar, die wir haben. So, ich schmeiß hier schon mal das Eisenerz rein. Gesundheitswert 60. Ich habe hier sogar irgendwas, was man essen kann, eingesammelt. Das ist cool. So, mit Y, was ist das Ding eigentlich einschalten können? Da startet alles. Turbine, der Generator dreht sich auch. Wunderbar, scheint zu laufen. Eine Kraftstoffzelle bloß. Die halten auch gar nicht so lange, oder? Ja, ich crafte doch schon neue. Ich will das Zeug jetzt... Also, von hier drüben jetzt rausholen und da reinpacken. Was wir so haben. Okay, okay. Kannst du da hinten vielleicht noch... ...irgendwie was an den Rücken ransetzen? Oh, Warnungen, Drohnen sind auf dem Weg. Die Basis anzugreifen. Ja. Hast du auch gerade die Warnung bekommen? Ja. Das dauert jetzt noch ein paar Minuten, dann sind sie da. So, da lassen wir ein Beetje. Ne, das ist ein Vogel. Das sind viele Vögel. Die siehst, müsstest du doch eigentlich sehen, weil es wird doch dann ja rot, genau. Da müssen wir ja dann nur aufpassen. Hast du noch ein paar Holzpaletten? Ja. Achso, hast du schon angefangen hier zu bauen? Nee, ähm... ...dass du die dann unten baust, weil denn... ...ich will nur den... Ja, das kann ich machen. Oh nein. Was denn jetzt passiert? Ich will den Reaktor, sag schon, den Dings halt von hinten schützen. Ah, ich vergesse den Namen immer. Konstruktor? Konstruktor, danke. So, kein freier Platz mehr in Blöcke. So, ein Block ist daneben gegangen. Und das, den können wir erst später entfernen. Ja. Und wir brauchen noch dringend Biokraftstoffe. Dann können wir herstellen. Ich hab noch, ähm... Vor allen Dingen, die Drohnen sind auf dem Weg, die Basis anzugreifen. Von wo kommen die denn? Das dauert einen kleinen Augenblick. Das ist nur eine Vorwarnung. Oh, nicht. Die müssen ja irgendwo auf der ganz anderen Planetenseite sein. Nee, 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 nee. So extrem ist das nicht. Achso, nebenbei hier ist, wie gesagt, die Weltkarte von dem Planeten, auf dem wir uns gerade befinden. Hier unten Name, Akua. Typ, Temperat. Temperate, Modus, PVE. Es gibt im All zum Beispiel Monde, können PVP-Modus haben. Ähm, auf dem PVP-Modus können wir uns auch selber gegenseitig hinrichten. Haben wir letztes Mal festgestellt. Ja. Ja, und wo ein PVE-Modus aktiv ist, da passiert halt nichts weiter. Könnte ich jetzt auf Wazzi schießen, ohne dass hier irgendwas Großkonsequenzen hat. Du baust hier gerade was? Ja, ich bin schon wieder draußen. Oh, das Treibstoff, hast du gesagt. Ja, richtig. Sehr schön. Danke, danke. War ja nur eine Frage. Das habe ich fast alles. Hinten ist noch ein bisschen was drin. Und wenn du magst, kannst du ja dann noch mehr von diesen Stahlblöcken bauen. Ja, die brauchen wir auch. Was ist eigentlich... Generatorklein? Was ist eigentlich jetzt hier unten mit dem Teil? Kann man das noch benutzen? Den Teil? Den anderen Konstruktor quasi. Den kann ich noch benutzen. Komm her, die Stahlblöcke, hier. Bitte. Den können wir noch fleißig benutzen. Die Firma dankt. Ich dachte, dass wir den dann irgendwo wieder hier drin platzieren, dass wir sagen können, irgendwas, wenn was viel hergestellt werden muss, dann irgendwas damit herstellen. Denke ich mir mal. Das ist nicht der Konstruktor hier mal ständig belegt. Recht hast du, Wazi. Recht hast du. So. Das sieht schon mal ganz gut aus. Hier hinten baue ich jetzt noch keine Mauer hin, weil hier würde ich ganz gerne noch ein bisschen erweitern in die Richtung. Das muss ja nicht allzu klein sein. So, ich überlege, ob du jetzt hier noch meine Hilfe brauchst, wenn die Drohnen kommen. Die Frage ist ja, wie lange es dauert, bis die Drohnen kommen. Das weiß ich auch nicht. Ach so, siehst du, wir müssten definitiv für mich auch noch ein Bohrer bauen. Definitiv? Definitiv. Definitiv ein Bohrer bauen. Bohrer. Na, dann bau den doch mit als nächstes. Mach ich ja schon. Pass auf, ich gehe erst mal hier zu dem Promethium-Erz. Wenn das zu viele sein sollten, sagst du Bescheid? Beziehungsweise sehe ich... Oh, ist das schon? Da kommt schon was Rotes, wa? Aber es dauert noch ein bisschen. Weil dann baue ich hier noch ein bisschen Promethium ab in der Zeit. Damit wir auch ausreichend Energie haben. Die Drohne kommt schon. Ist bloß eine, oder was? Jetzt ja. Na, eine solltest du ja schaffen, oder? Denkst du mal von der Base ab? Oh, keine Munizu mehr. Soll ich doch kommen? Und weg. Du oder die Drohne? Na, die Drohne natürlich. Natürlich. Was für eine Frage. Und das hat die gleiche im Wasser gelandet, die Drohne. So, siehst du, apropos. Ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir auch mal in die Unterwasserwelt. Was schon drin? Was schon drin? Gut, ich noch nicht. Ach ja, du hattest ja Algen gesammelt. So, shift. Ich würde es rüber sortieren. So, stahlglöcke haben wir wieder. So, shift. Das rüber sortieren. So, stahlglöcke haben wir wieder. Ben, die brauchen definitiv Energiezellen. Ja, siehst du, bin ich schon dabei. Ja, ich hab's schon mitgekriegt. Tschau, 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 tschau. So. Wird die Baseball noch ein kleines bisschen größer bauen? Größer oder höher? Größer. Ja, sag ich ja, wie gesagt, ich wollte auch noch größer, aber haben halt die Holzblöcke noch gefehlt für den Boden. So, ich geh mal jetzt erstmal noch diese Folge ein bisschen Erd sammeln und dann. Wie viel Promethium-Erz brauchst du denn für eine Energiezelle immer? Einmal mit Energiezelle. Den. Kleine Energiezelle. Zehne. Alter, falter. Die braucht ganz schön. Und das sind die kleinen, ja, die Treppe, äh, die... Großen bauen? Dann brauchen wir noch mehr. Aber auch von dem Promethium-Erz, ja, oder was? Die nächste... Aber, ne, die anderen stellt man doch anders her, oder? Ja, die nächste größte Klasse, ja. Die können wir über... Danach die Klasse, die ganz große, die wir noch erlernen müssen. Die braucht ja was anderes. So liegt... Nahrungsmittel... Wasser. Jetzt wird hier ein tierischer Graben. Aber wir brauchen nachher ja auch noch die Ebene für die ganzen Pflanzen. Ja, da können wir ja ein extra Stockwerk mitbauen, wa? Ja. Damit war da quasi ein Grund... Aber ich sehe, wir haben trotzdem... Versorgung haben. Was haben wir? Das Holz ist noch zu sehen. Wird wir nicht machen dürfen. Wie, das Holz ist noch zu sehen? Ja, wir müssen... Nachher das Holz noch wegreißen? Ja. Und dafür die Betonblöcke hinsetzen. Ja, können wir ja machen, das ist ja kein Thema. Holz hält ja nicht viel aus, weißt du? Hm. Wobei, andersrum ist ja halt auch nur der Boden, mal. Wenn man das Ganze außenrum nochmal abschirmen, irgendwie... Ja, willst du doppelt machen? Nee, doppelt. Doppelt der Mauer? Nee, meinst nicht? Weiß nicht, ich kann auch ein doppelt der Mauer setzen. Ähm... Nein. Doch. Ah. Hm. Ah, ich komme hier gerade nicht mehr raus. Warte mal. Jetpack aufladen. So. Geschafft. Okay. Ähm. Ja. Ja, weiß ich nicht, Max. Meinst du nicht, dass wir es machen sollten? Nur machen? Ja, du, natürlich. Also, wir können heute den Boden auswechseln, aber das ist dann halt ein bisschen... ...kostspielig, ja? Nee, du kriegst das Holz ja wieder. Wenn du jetzt abreißt, kriegst du das Holz mit dieser Abreißmaschine. Kriegst du näher das Holz wieder. Oh, belegt von Wazzi. Du bist schon wieder hier. Ja, Wazzi. Na klar. Aber ich habe diesmal nur 299 Prometium Erz mitgebracht und 67 Schotter. Ich habe aber keinen Sprit mehr. Warte, ich kann dir was hinschmeißen. Bist du da? Ja, ja. Ich bin da. Bist du nicht da? Doch, ich bin da. Habe ich dir hingeschmissen? Da sind auch deine Holzblöcke fertig. Ja. Und der Firma dankt. Und Stahlblöcke, sehr schön. Hat er mir echt nur einmal Sprit gemacht. So, Herr Wazzi. So, Herr Wazzi. Aber ich würde sagen, wir haben es schon wieder soweit. Ja, aber Sprit müsste doch auch drin liegen, oder? Hm, ich habe keinen gefunden. Nö. Sind wir meine, ich hatte was gemacht? Aber es ist ja. Die Kraftstoffzellen hast du gemacht. Gut, aber wir verabschieden uns erstmal mit dieser Folge, mit einem erfolgreichen Drohnenangriff. Ja. Den Wazzi abgewehrt hat. Und ich kann hier durchs Wasser gucken. Da hinten sehe ich schon einen blauen Kristall. Sehr schön. Ich kann nicht durchgucken. Ich habe hier so einen Schlitz irgendwie offen von der Wasseroberfläche. In die Richtung, wo ich jetzt gucke, so Richtung Südwest ist so ein blauer Kristall auf dem Boden. Gut, aber bevor wir jetzt hier weiter lange rumschnacken, hoffen wir natürlich, es hat euch gefallen. Und ihr schaltet in einer weiteren Folge wieder ein, wenn es heißt, Mr. Wazzi und Mr. Luxor spielen Imperial Galactica Survival. Schaut nach, ob wir es schaffen zu überleben und was wir hier noch so schönes hinbasteln werden. Ja, tschüss. Reingehauen, ja. Tschüss. Tschüss.